so ok ja ich habe jetzt die reihenfolge geändert heißt also ich werde immer erst du sie bei edit aufnehmen dann free doom aber die unteren beiden habe ich jetzt immer vertauscht so dass man immer ein bisschen abwechslung ist doom vor doom dann brudel doom dann wieder brudel doom ansonsten ist ja mittlerweile das neue jahr ich hoffe einfach mal dass bald mal die finale version davon rauskommt weil der release kandidat 4 ist ja nun leider doch ein bisschen verpackt soll es aber jetzt weiter erst mal nicht stören von daher da und dann so wie er auch die sonde raus gestreut das geht mal gamma wert hoch hier kann ja nicht schaden so vorsichtshalber gleich mal ein bisschen alter scheiße so eine kapitel raus gott hoffentlich nicht lange ich hoffe es einfach mal das kommt mir ja normal ich hab einfach nur auf der kopf und dachte gerade schon ist einfach zu laut eingestellt aber gut ist meine kopfhörer sind zu laut so ja wir brauchen ja ich hab's jetzt ja wir brauchen ja die nicht die wirtschaft versorgen sondern die alte version von euch wieso geht das nicht doch geht doch ach so ja durch diese durch den pfad funktioniert die autovervollständigung nicht warum auch immer also so jetzt hat alles klappen perfekt so du so weit ist er was hätten wir denn fuck you Oh, ich stocke das Graus mal wieder hier. Oha. So, okay. Fuck you, okay. Ich geh da mit Schuss. Wo denn? Danke. Ach, da oben. Arschloch. Gut, hier sind alle weg. Danke. Oh, eine Tür, die nicht aufgeht. Hallo? Einmal rauf. Hallo? Leck mich doch. Gut, ähm, ja. Scheiße. Dass ich auch immer genau rein renne. Gut, so geht es denn jetzt hier weiter. Also hier geht es schon mal nicht weiter. Hier auch nicht. Ach ja, hier sind ja noch ein paar Türen. Na komm. Aha. Hab's doch. Wir haben keine Supershot, gell? Verkackte Kacke, die Kacke. Oh. Oh. Oh, oh. Wo hat er sich jetzt hier teleportiert? Hinter mir. Willst du mich ficken? Arschloch, alter. Ja. Ja. Okay. Jetzt wird's was weirdes, wohin dieser Teleporter hier geht. Gut. Imp. Hier war ein Imp. Äh, Bezündung auf wahr? Ja. Gut, danke. Äh, oh mein goodness. ja welchen sinne gemacht ach so weil ich nicht durch kam okay gelber schädel da brauchen wir den auf jeden fall schön viel munition war beim fünftel also einfach gut hier schon mal dafür munition für diese waffe das ist sehr gut ach so mini kann aber noch nicht okay dachte wir hätten dann größer und defizit okay ist noch nicht offen müssen wir die also irgendwie aktivieren sieht aus dass sie wird noch vier stück leute da kommen wir nicht rein wir müssen ach so hier ach du scheiße heraus hier so jetzt erst mal hier wow das hat dann auch für die ganze munition da war wisst du was komm her für dich wahrscheinlich keine munition danke dafür immer wieder gern so ok wo ist das ist immer nicht gehen wir uns mal auf fürs ende ok damit ja ja genau da fährt sich runter sehr schön sehr schön gut kombiniert mr dr watson wow wow ne genau deswegen hatte ich mir noch nicht die äh rüstung genommen weil ich genau wusste dass wir sie sowieso wieder verlieren würden würde ich sie da schon genommen haben getäten so jetzt kommen wir hier nein hier ja hier rein ich spreche mal vorher dankeschön sieht erstmal freundlich aus wir könnten auch mal tiefwaffe hinnehmen wir könnten auch mal tiefwaffe hinnehmen mal ein bisschen oh scheiße war ja mit geflückter taste ich dachte immer erstmal egal egal leute gefällt mir warum schockert er hier so fuck oh gut wir nehmen lieber doch erstmal das andere das ist mir doch ein bisschen zu von der handhabung her zu blöd weil die halt immer eine verzögerung kam zwischen treffen und hochgehen da macht sich denn das mit diesen global immer bisschen blöd vor allem brauchen wir weitsicht öfters als irgendwelche raketen da haben wir immer noch unseren rocket launcher warte die waffe klingt so geil also als spinnig oder was wartet mal ganz kurz mal ganz kurz ist das original so kurz hier sein so ok jetzt jetzt mal hier muss voll weil er weil er greift er wird er so wie ein kann er nicht gesund sein vor verspäckte welchen ist richtig mit letterbox du kannst du noch zu machen er hätte für noch mal schlimmer soll das wirklich so extrem ufalt sein das sieht irgendwie nicht richtig aus ha vielleicht hier drinnen Scrolling Option nee das ist kompletter Quatsch da nee das ist auch nicht ja gut dann soll ich hier so wahr sein keine ahnung sieht irgendwie falsch aus aber gut ist mir auch so noch nicht aufgefallen dass das extrem oval war aber gut wenn du so häufig achte ich als ich weiß auch nicht ob bestimmte sachen von daher kann sich auch sein dass es bisher einfach nur mal nicht aufgefallen ist so hier ist wieder runter ist ja nett erst hoch das wieder runter da gab es mal so ein spiel ist rauf runter ok sehr freundlich wenn ein schöner versteckt ist das als secret oder ist das eine falle das sieht mir eher aus wie eine falle aber es scheint doch ein secret zu sein nett wir kommen ja aber auch nicht weiter gut ist also wirklich nur hier als secret gedacht doch gefällt mir kann man echt so machen raketen haben wir schon vor ja doch haben wir schon vor ok da ist doch kann man echt zu machen das kann man also wenn ich jetzt nicht unbedingt dagegen sträubt da irgendwie zu bestäuben äh gut uah uah äh komm her dankeschön hat er garantiert sein ganzes leben lang drauf gewartet irgendwann wenn ich groß bin möchte ich auch von der ketten in säge zerlegt werden er hat dafür garantiert extra sein studium geschmissen scheiß aufs studium ich werde ketten gegen opfer hauai 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 hat das nicht ein großbilder gab hauai 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 Ah, ne. Da ist ein Schalter. Wow. Haben wir sich jetzt raus teleportiert oder rein teleportiert? Oh, raus teleportiert. Fuck you. Fuck the police. Fuck everything. Apropos fuck everything, ich habe übrigens auch den letzten Buckhunting Video, was ich einmal in Deutsch und einmal in Englisch aufgenommen hatte, habe ich mir überlegt, weil das Englisch Video hat so viel Spaß gemacht, so in Englisch zu quatschen, ob ich mal wirklich mal so richtig anfange. Ich weiß nicht, ob denn als Wide-Kanal oder hier als quasi so Funny-Sektion, hatte ich einfach mal ein paar Videos hochzuladen, wo ich einfach Englisch quatsche. Vielleicht auch mal ein bisschen denglisch, aber hauptsächlich eher Englisch. Ich weiß aber nicht, wie gesagt, denn ob ich es überhaupt mache. Ich meine, ich meine, ist ja eher so, weil ich jetzt gerade in dem Moment halt Lust drauf hatte, kann man so in die Idee, wird also definitiv keine langfristige Aktion werden. Und eben, da wäre dann halt die Frage, ob ich das halt auf dem Kanal mache, ein paar Videos, die ich dann dementsprechend halt markiere, mit Englisch-Content. Oh, Teleporter. Oder ob ich das wirklich als Zweitkanal, also praktisch den Zweitkanal hochziehe, wo ich da praktisch halt extra Videos hochlade, die halt in Englisch sind. Und wie gesagt, das wären maximal ein paar Videos vielleicht, die nachdem, wie lange ich Lust auf so was hätte. Oh. Zum Glück haben wir erst die Monster umgebracht und dann die uns hier rein teleportiert. Von daher würde sich der ganze Kanal nicht lohnen für. Wobei ich ja sowieso schon überlegt hatte, weil ich habe ja auch Videos abseits vom Let's Play, jetzt hier so wegen Linux allgemein, also Kompix-Installationen und sowas alles. Von daher hatte ich sowieso mal überlegt, ob ich einen Zweitkanal öffne, praktisch Ronny Bartmann-Englisch, Motherfucker-Do-You-Speaking. Wo ich dann praktisch, ja, halt, die Videos, die ich über Linux, also zum Beispiel über diese Knöpix-Installation, ob ich die Videos halt immer zweimal hochlade, also zweimal erstelle, einmal in Deutsch, einmal in Englisch. Und daher hat es ja sowieso schon mal überlegt. Haha. Ich bin echt getroffen. Bitch. Oh, oh. Falle? Ja, sowas von Falle. Definitiv falsche Waffe für eine Falle. Hä? Oh. Okay. Jawoll. Fuck you in the arp, du Scheiße. Komm her. Hast du davon. Boah, Alter, was ist denn hier los? Wo bin ich hier? Ach du Scheiße. Was, was habe ich getan? Warum? Was ist passiert? Habe ich irgendwas verpasst? Okay. Äh. Ich wollte ja noch gar nicht sagen, wo bin ich jetzt hier gerade überhaupt? Hallo? Komm ich hier wieder raus? Oh, fuck you. Nein. Wow. Oh mein Gott, so viele Weine. Die wollen alle böse von mir. Boah, alle da. Ladies, ey. Ist genug, Rondi, für alle da. Boah, Alter, ich bin wieder. Bei diesem Lost Soul muss man immer so aufpassen, weil die halt explodieren und dabei einem Schaden geben. Alter, was ist das hier für eine verzwickte Kacke? Boah, Alter, wo bin ich denn hier gerade? Gott. Oh. Hier ist auch schon wieder der Ausgang. Gibt's hier Secrets? Nein. Dachte schon, die Kerzen und darauf hinaus deuten, dass es hier ein Secret gibt. Oder ist das hier ein Secret? Ach, hier ist wieder der Ausgang. Dann nett. So, da ist auch nochmal eine Treppe. Achso, das ist der große Raum, wo wir angefangen haben, oder? Nee, das war der Raum hier. Okay, ich bin gespannt, aber ich gehe erstmal nochmal hier rein. Hier hatten wir ja auch noch nicht alles. Genau, wir sind jetzt einfach praktisch außen rumgelaufen und der hier Weg hier, der war noch offen. Oh. Aber auch kein Secret. Wenn das alles keine Secrets sind, wo sind denn die vier Secrets? Äh, doch, doch genau da lang. Oh, jetzt da, jetzt da und jetzt hier hoch. Ah, hier sind wir, in dem zweiten Raum. Hör. Wo geht's da hin? Oh, da waren wir noch nicht. Oh, da haben sich noch mehr Räume geöffnet. Äh, schnell zurück. Wo bin ich denn jetzt hier schon wieder? Och, du Kacke. Das sind alles keine Räume, wo ich sein wollte. Oh, fuck the shit off. Ich bin hier vollkommen falsch. Ich wollte woanders hin. Wo wollte ich denn hin? Hier wollte ich hin. Schon besser. Alter, was geht denn hier ab schon wieder? Holy moly. Ihr seid doch alle lebensversichert. Hoffe ich doch. Halleluja. 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 Oh, oh. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Oh mein super fucking Gott. Oh mein fucking fucker Gott. Nein. Am liebsten würde ich den jetzt mit der Kettensegel zerlegen. Warum am liebsten? Komm her. War riskant, aber ich hab's geschafft. Sind wir jetzt überhaupt? Ach da. Hä? Das ist jetzt sehr recht gekommen. Genau, von hier kamen die Viecher. Ja, ja. Perfekt. Okay, sieht geil aus. Aber keine Sequels. Verfluchte Scheiße. Fick dir die Wand an. Da ist noch was. Da ist noch. Da ist noch. Ist doch noch was. Äh, doch da ist noch was. Äh, hä? Ne, es war der Brech, wo wir gerade schon da waren. Ne, es sind... Hä? Ach, es gibt mehrere Räume. Ja, lügt mich doch am Arsch. Okay, geht's auf jeden Fall noch weiter. Hätten wir? Okay, okay. Äh, da ist ein roter Rose. Äh, ein roter Rose. Ein roter Riese. Kriegst mich eh nicht. Voll Depp. Hätte doch grad schief gehen können. Immer wieder gern. Wer noch mehr Rückenschmerzen hat, bitte melden. Ich hab genug Medizin für alle. Oh, da hinten sind auch noch Haufen. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Oh mein Gott. Hier ist auch schon wieder Krach. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ich wollte hier nie hin. Du bist gut, du gehst. Da hinten. Okay, verstehe. ja wirst du warten wir haben noch die große rüstung kann ich dir jetzt mal mitnehmen ohne schlechtes gewissen haben zu müssen was das hier ist genau gar nichts okay wo geht aber rüstung ach du kacke ach so ja war dafür ach so ja okay einmal wieder hier rundherum ist ja gut dann brauchen wir das auf jeden fall dafür okay dann würde ich mal sagen anlegen dankeschön und ab in die post ab in die röhre ab in die was ab ins gemäßchen ich mach das mal mit der säge damit ich schön viel leben bekomme das ist jetzt exit auch leck mich auch nein oh gott können wir gar nicht so ruhig die rüstung holen fack auf fack you alle auf fack auf ich wüsste auch gerne wo ich noch was die quid sind wirst du was scheiß was auf den hund oh gott die rüste ist vorbei leider keine rüstung wir brauchen unbedingt rüstung nicht rüstung sondern hier leck mich fett am arsch was soll ich jetzt sagen hier wenn der schutz anstieg da halt hier wird das ist doch was ich meine was das denn hier auch nicht auf jeden fall nett ja doch was ist das hier oah gut monster haben wir schon alle wir brauchen noch zwei secrets so hier war noch nicht aber ja doch genau das war der wo wir drin waren das war da drin war das sollte da schon mal kein secret hier ist noch was ich gehe mal zurück zum anfang und gucken ob wir hier noch irgendwo was secret mäßig ist auf jeden Fall erstmal hier schutz danke so wir haben bereits alle fücher umgebracht hat also können wir die rüstung auch definitiv mitnehmen ohne zu den wieder später zu verschwenden ist hier noch was nein 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 da waren wir bloß kommen nehmen wir gleich mal hier abkürzung dankeschön so jetzt sind wir wieder am anfang genau gut dann gehen wir mal hier lang ach so das war genau der bereich ja das ist genau der bereich hier was sieht denn hier nach secret aus das könnte ich auch noch ein sieben von mir da ist da um bereits eins gerade da sind die möglichkeiten na gut wir laufen einfach mal ab hier nochmal gesagt ich brauche auch keine secrets mehr so viel wie wir mittlerweile von haben aber ach so das war dumm jetzt müssen wir nämlich da durch ich hab mal wieder wir nehmen dabei kein schaden ich guck mal ganz kurz ob hier sie gut sind hier haben wir bereits geguckt genau und dann heißt jetzt in diese lücke der rennen und das schaden bekommen hat geschaffen bin ich hin jetzt oder was hatte jüngsten hier sind wirklich echt ein paar sieben sein siehst du schon verwinkelt aus ja hier doch locker kommt ihr arschlöcher also ich hätte dann locker die gezinigung gemacht ganz ehrlich wobei vielleicht ist es auch einfach zu oft nicht vielleicht deswegen nicht so frei noch vom motto ja der werde ja schon fast gesiegt mit mir das ist ja jeder oh wow wow oh siehst du da müssen wir auf welcher schalter drücken haben wir hier schon ok haben wir bereits so hier war das mit diesen schnell laufdinks dabei mit dem gelben blitz also mehr ist hier auch erstmal nicht gut ok komm also das fehlt noch ein secret das kann doch nicht sein hier ernsthaft true story naja wir bereits geguckt ich bin verwirrt ich brauche eine art super ich brauche ich brauche professionelle house die 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 in die gen die die Ernsthaft? Du siehst aus dem Block noch ein Secret? Ist hier noch etwas, was ein Secret sein könnte? Hier waren wir auch schon, genau. Achso, ja genau, von hier habe ich gestartet, genau. Obwohl, soweit umkönnendlich eine Secret sein, weil die ist ja springlicher laufen normalerweise. Von daher können sich die Secret nicht an irgendwelchen hergeliehenen Orten verstecken. Hier war jetzt der andere Raum, genau. Ist das hier nicht euer Ernst? Hm. Gott, alter, ein Secret entfernt von unserem Ziel. Das gibt es doch gar nicht. Ne, da waren wir bereits. Einmal reicht. Secret im Secret ist es also auch nicht. Schade eigentlich. So genau, da waren wir bereits. Wo ist jetzt mal das Exit? Das Exit müsste hier irgendwo gewesen sein. Ah genau, da war es das Exit. Gut, hier noch was. Gut, hier noch was. Achso, ist ja gleich auch. Mir geht die Idee aus. Und dabei hatte ich nicht mal welche. Ach, fuck off. Ich glaube, kann man vergessen. Gut, dann gehen wir mal in das Secret rein. Ähm. Ja, ist natürlich scheiße, dass wir jetzt keine Lust mehr haben. Ist natürlich richtig für Bullshit. Mit ganz viel Hoffnung. Nein. Ah. Perfekt. So, dann gucken wir mal ein bisschen hier auch nochmal, ob hier jetzt irgendwo was gibt. Hä? Ein nicht gelisteter Raum? Das ist ein Secret Exit. Lol. Äh. Ja. Ha, scheiße. Wollen wir jetzt echt das Secret Map? Hm. Ich weiß nicht. Ich mag immer Secret Map nicht so, weil, wie gesagt, die Nummerierung zerschießen. Oh, kacke. Fuck. Ja oder nein? Äh. Ich bin grad ein bisschen... Wir machen mal das hier. Ich bin grad echt ein bisschen... Ich weiß nicht, ob wir das wirklich nehmen sollten. Ich mein, Waffen haben wir ja soweit. Also, also, also wirklich uns bringen tut eine Secret Map jetzt eigentlich nichts mehr. Tut es gut. Das sind vielleicht noch die Mini-Gun. Aber ich meine, unsere normale Rifle tut es ja auch. Von daher wirklich bringen wir da tut sie uns nichts. Mal grad, jetzt haben wir es jetzt halt schon gefunden. Das ist jetzt... Es ist jetzt nicht zu tun, wäre auch eine Verschwendung. Ich weiß auch nicht, wie groß die Map ist. Gut. Ich weiß auch nicht, wie groß die Map ist. Wenn es jetzt so eine übergroße Map ist. Ja, komm, geh weg. 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 4h85 gegen das geht eigentlich. Oh. Ja komm, machen wir, machen wir. Okay. Heißt also im Klartext... so und dann haben wir das genau so perfekt so also denn die nächsten secret map würde ich mal sagen okay bis dann schau